Die heutige Folge wird... Die heutige Folge wird gesponsert von Level Up! Level daneben, Alter! Shake a high five! Männer! So! Wir haben uns ordentlich aufgepumpt, um jetzt nämlich etwas Neues zu sehen! Kann ich drücken! Hallo? Hilfe! Ich kann nichts! Geh nicht! Also bitte bitte warten! Ah, jetzt gehts! So! Und... Es ist eine gute Frage, mit wem starten wir jetzt? Also ich... Glaube... Bei der Isaac vielleicht? Damit wir garantiert gute Items haben? Garantiert, sagt er! Heiner! Wurde er, äh... Den Fliegemann nehmen eigentlich! Hier den! Mach doch! Hä? Wo ist der? Der Schwarze! Nein! Der da! Ja! Der Schwarze! Der Schwarze! Das Furz-Baby! Ja, obwohl die futzer! Ja! Das hätten wir nehmen können! Hätten können, Alter! Hätten können! Das hatte ich in meinem letzten Solorun, das Ding! Äh... Joa! Das blockt nämlich.. Feindliche Schüsse! Äh... Nur kurz dann! was denn heute werden wir das rätsel des spiegels lösen ich habe wieder geguckt wieder geguckt das wieder das wieder sich spoilern und anscheinend nicht so ganz er wird immer zwei das kein kapi bleiben ich nehme ich nehme ich nehme ich nehme es doch nicht plus drei alter oha plus drei ihr das nicht weil du ein scheiß laser hast dir schon standardmäßig 5,25 schaden macht ja was nix ist okay das heißt wir haben jetzt hier nur einen shop in zwei ebenen das ist so ätzend oha wie viel hast du denn gespielt ich sehe das was schon donation das war ein paar wo ich das gemacht habe das war der letzte 30 münzen reingetan fandst du den letzten part lustig so fandst du witzig was da passiert ist welchen der gestern der gestern rauskommt wenn das video rauskommt das kannst du mit was willst du mit dem was das ist das hat das lege kann ich mir das gleichwohl ich würde mir ganz gerne leben aufstocken wenn du ein rechts nur schwarze habe so zwei leben wäre schon geil das bringen soll wieder der mitsch ne hp und lack ab holack ich bin nach oben gegangen oder ja sollte ich oben oder er ist aber nicht nur schlüssel finden das ist für mich besser weil du hast ja laser das theoretisch auch für mich besser ich kann es dir oder soll ich es nehmen das ist das shot speed ist das nicht ja shot speed will ich für den der schnell aufladen er kann ich schnell aufladen ja komm oder ja guck mal viel schneller warum kostet das sehen herzen das ist doch mega geil aber aber damit und schwarzes herz ok hat sich gelohnt hat sich gelohnt wie gesagt wir brauchen schlüssel nein das kannst du nicht tun du hast es einfach genommen ich habe eben noch gesagt wir brauchen schlüssel also ich jetzt hier das verliere hau dich da kommt weil du ein trottel bist ja scheiß drauf weiter rein da damage ist für die erst zwei ebenen ganz gut sehr gut wir waren gestern wir waren gestern bei bei der letzten ebene oder vorletzten ebene mit standard schaden ja da hat man so ein zwei items verbessert haben ja nein wir haben jetzt die haben wir sie spiegel eben übersprungen oder ist dass sie die spiegel ebene ich hoffe das war doch die erste ebene aber wir haben ja eine doppel ebene gehabt nicht kaputt machen nein 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 kaputt machen ist böse aha was hat mich was hat mich getroffen sollen wir erstmal die ebene machen und dann sage ich dir ja wir müssen erstmal die ebene machen fixer ich sehe mich nicht ich habe das richtig das richtig das ist das nicht mehr getroffen werden geht ja dann geben wir das doch oder verstehst du wenn ich wieder getroffen diese scheißviecher man diese scheißviecher können ach man was tun so wenig leben eigentlich das war steuermäßig nur drei schwarze ich sterb schon wieder in den zweiten ebene ich konnte auch leben links ist laser also dieser dünne laser der war den haben sie irgendwann mal schlechter gemacht ich weiß nicht ob damit er besser ist noch laser mit oder oder meinst du den schaden geht dann ich will den ich ich will den auf keinen fall wenn du ihn auch nicht willst dann würde ich wir wollen das ist ein begleiter oder was nein das du hast einen dünnen laser dann einfach ich weiß nicht wie der mit deinem charakter funktioniert nee dann lass mal lieber du kannst auf jeden fall durchgehend schießen warte mal durchgehend schießen nee also das normale weise hast du dann durchgehend einfach so ein laser strahlen also ein dünner laser ne ich würde schon gerne ein bisschen wie das mit deinem ich könnte es auch probieren aber wir könnten den run dadurch kaputt machen ja egal mach oh hast du gesehen ich habe zwei schaden bekommen echt ja 2,63 schaden und du hast um dein laser den kleinen laser drum wenn du mal vorhin guckst also ich nicht dünne linien weiß ich auch nicht das ist ein schwarzes ding was da so sich drum macht also ich mag das überhaupt nicht ich kann die zum verrecken nicht leiden ja die neuen ebene sind halt auch einfach schwierig schwieriger chaos was macht das dass jedes item überall sein kann also dem devil die items können dann einfach hier so im shop sein das ist gar nicht ganz geil also ja aber hast du da kann aber auch scheiße im devil die sein ja der also der will die würde ich dann gar nicht mehr hingehen was ich weiß also kann man kann es mitnehmen ich weiß nicht ob es dir schon mal aufgefallen ist guck dir das feuer hier an blau das ist hellblauer das passiert du hast deine karte eingesetzt ach man warte hatte ich denn dass man zum start zurück teleportiert wird das heißt wir machen jetzt nicht die blauen feuer kaputzen die anderen die ähm ich weiß nicht ob das mit dir war ich bin ich glaube das war mit dir ich bin irgendwie relativ am anfang das könnte unser erster part gewesen sein müsste man nochmal nachgucken bin ich aus versehen gegen das feuer hier gerannt und sah dann plötzlich so aus weißt du noch da habe ich mich gewundert dass ich plötzlich fliegen kann und das und ich dachte einfach jo nach drei räumen oder so setzt sich das zurück ja ich glaube nicht also ich habe ich glaube ich habe es damals halt selber schon quasi bemerkt dass irgendwas hier nicht stimmt aber ich habe das jetzt nicht in verbindung mit dem spiegel gebracht lol die musik ist auch backwards jetzt ist die ganze ebene quasi nochmal aber andersrum aber rückwärts und das wenn wir das jetzt quasi machen dann können wir bei der mutter dann können wir bei der mutter rein wir schon sehen oh hier ist das feuer noch mal aber ich glaube das macht nix ach man ich bitte immer in der form bleiben hier als geist ich habe nur ein ich darf nicht getroffen werden in dieser ebene oha oha das ist jetzt problematisch oha das ist jetzt ehh 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 ich habe den schon ja der hat nur ein leben mit dem das blaue baby oder oder geil genau so aus wie ich gerade eben ehh oh lol das ist ja auch noch ein goldraum was ist das schlüsselstück 1 oder knife piece schlüssel das aber bei mir zu englisch schlüssel naja es ist quasi der schlüssel 320 ne stimmt 620 720 also 27 sind das mal die null wäre cool wenn sich das in der richtigen ebene dann das ist oi nicht spenden ne du hast genug reingetrafen wir wollten eigentlich noch ein item kaufen jetzt haben wir kein geld mehr bin ich auf dem sack du bist ein halbes jetzt du bist ein halbes jetzt was ok warte dann mach hier nicht den boss das ist ein scherz sondern ich glaube unsere einzige chance ist jetzt dass du zurück gehst zum spiegel ähm war da so richtig ach hier ist das leben was war das für ein geräusch ist irgendwo ein tor runter gegangen hast du gehört ach so das willst du den boss noch machen oder willst du ja ob ich jetzt zwei hatzen habe oder anderthalb glaube ich und du kommst ja danach zurück ja wenn du ihn schaffst das sind halt die bösen bosse ja ok aber wenn wir jetzt weiter gehen wir haben den boss schon gemacht in der anderen ebene oder nicht nein für den content alter ich machs du hast einen laser du hast dich halt nur nicht treffen lassen das ist stark genug müsste es sein ach guck mal man sieht sogar auch ich habe 0,5 schaden das ist echt wenig das ist auch noch dieser größte beschissene kackboss RUND! imagine du hast halt keinen schaden bekommen außer den wo du einfach gegen ihn random gerannt bist ähm der muss ich hier nehmen nimm 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 oh range up das ist natürlich geil ne oh das ist echt geil ich höre schon ganz gut länger geworden ne ja hast du lange ich guck jetzt ui 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 Alter F gedrückt warte mal ich will mal kurz das auszetzen ich kann nämlich die qualität bei dem steam gedöns einstellen ich habe immer auf ausgeglichen wenn ich jetzt auch schön machen dann leckt es ist es geht nicht ich kann es nicht machen ich verstehe aber nicht warum weil es sieht genau gleich aus wie auf ausgeglichen das habe ich letztes ich habe ich das oder war doch hier also das ding ist ich denke du kannst du diese also lost form dadurch aber du bist jetzt gerade ja keine lost form weil wir jetzt koop spielen ich weiß nicht wie die das bedacht haben ich glaube deshalb ist hier auch das feuer drin das führt falls einer stirbt man sich hier noch mal noch mal gegenlaufen kann ja wir probieren es jetzt mal ohne links war das jetzt noch her wurde einfach zu mir geschossen aber als der spiegel verkehrt ist okay es ist ja kein schaden dadurch bekommen so also den nächsten muss man so richtig also da war es da unten rechts dann oder ja jetzt unten links war shop wolltest du noch naja und er war da war auch da und das hat so groß das ist jetzt gespielt so das kannst du auch sprengen durch chaos holen ja springen das ist ja auch ein wuchs habe beides gespielt ja hol es mal ich habe keinen lack Okay. Hast du ein Trinket? Ich glaube, das ist gewittert, alter. Dann noch weiter. Also mit Galb, Galb. Rechts ist der Boss, oder nicht? Naja. Äh, du hast jetzt dein Trinket verschluckt. So, dass du es immer hast, aber du hast keins gehabt. Jetzt müsste es theoretisch den selben Boss sein? Ja. Ich gib dem Junge, ich gib dem. Ich rasier den richtig. Oh, what? Oh, Mann. Er kriegt wieder nur den Hit bei der Gegend. So, nein, lass. Oh, ich hab nichts genommen, ich wollte noch rechts daneben. Der Runenbag. Boah, ich weiß. Könnte geil sein. Ganz re-rollen. Dann müssen wir gleich auf jeden Fall, bevor es weiter geht, dich voll machen. Ich hab mein Herz und Herzen verloren. Ja, aber wir haben noch voll viele. Ne, auch mein blauen Herzen. Ja, weil du gestorben bist. Nehmen wir das. Was ist das denn? Socken. Rune Generator? Socken, alter? Oh, zwei Seelenherzen. Gott sei Dank. Geil. Das ist genau dein Leben, glaub ich, wieder. Links kenn ich nicht. Achso, es sind ja random Items jetzt hier. Stimmt, Devil Deal. Schmutz. Ich will jetzt nicht wieder... Kannst du irgendwie rausglitschen, ne? Äh, warte. Zehn Bomben, ja. Ja, komm. Das reicht, oder? Nein, nein, du hast doch noch hinten. Warum, warum, warum sollte man das tun? Guck. Chaos. Oh, könnte geil werden, könnte aber nicht geil werden. Aber ich dachte, du darfst rein. Ich will wieder fliegen. Das war alles, wo wollte ich die Charakter eigentlich nehmen. Ich lieber. Kein Typ. Fünf Münze. Sooo. Läuft doch gar nicht mal so schlecht. Scheiße. Ich glaub, da am Ladebildschirm waren irgendwelche Augen gerade im Dunkeln. Was ist Curse of the Blind? Dass wir die Items nicht sehen. Och nee, alter. Machen wir eigentlich gerade wieder den Hard-Mode? Ja, klar. Immer Hard-Mode. Jetzt waren wir normal gemacht, deswegen frage ich dich. Ja, da war es ja auch easy. Haben wir auch gewonnen. Zweimal. Ach du Scheiße. Ja, das ist meine Ebene hier. Du darfst halt nicht so... Du musst halt... Also du rennst halt immer sofort rein. Du musst einfach chill stehen bleiben. Lass ein Item in der Mitte. Ich muss nur, dass ich das nehmen. Ich hab hier jetzt eben Müll. Können wir rerunen? Ach nee, du hast es jetzt in der Hand. Scheiße. Was? Ist es nicht das? Warte. 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 Wieder rein. Das sind echt die widerlichsten Gegner. Ja, was? Ich krieg dreimal Schaden? Du kannst bei den Fliegen auf die Augen gucken. Die sind entweder ein X oder ein Kreuz. Ah. Und so explodieren die am Ende. Boah, ey. Das macht mich ja ultra aggisch. Gerhard, Arbeit, Gerhard. Boah, ich brauch Leben. Alter, ich mach mal. Wo alle Items wären? Fragezeichen auch. Ne, so normalen Shop-Items. Oh. Oh. Nimm mal die Karte mit. Oh, ja. Unser geile Hundis. Boah, halt. Was sind das denn für komische Hundis? Ich weiß nicht mehr genau, was das macht. Ähm. Was macht das denn? We may see your destination. Das deckt uns mal schon die Karte auf, glaube ich. Oder die Geheimräume. Irgendwas deckt es auf. Dann nimm du das hier mal. Und setzt es ein. Und jetzt? Maschallah. Oh. Seelenherz, geil. Seelenherz und der Flur und der Ebene ist weg. Geil. Oh Gott. Ganz ruhig haben wir hier. Nicht einfach, du gehst halt schon wieder komplett rein. Du ziehst meine Kamera damit so richtig krank weg. Und kriegst halt direkt Schaden. Ach, Mann. Oh, Mann. Sieht dir vor, Max auch nicht. Nur die normalen Ebene. Oh. Was war denn das nochmal? Hatte ich das nicht genommen und du das andere oder so? Uh. Da ist mein Kopfhörer rausgerissen. Äh. Hattest du nicht das eine genommen und ich das andere? Ich weiß auch nicht, was die gemacht haben. Irgendwas Crow inside oder keine Ahnung. Geil. Nimmst du das? Soll ich? Ich weiß halt nicht. Bei deinem Laser müssen wir halt aufpassen, weil ich nicht weiß, was damit kompatibel ist. Dann nimm du. Ne, du das. Auf jeden Fall, dass es ein Space Item ist, können wir deinen 3 wollen. Oh, wow. Einfach eine Bombe. Alter, was ein Müll. Warte. Hier ist eine Kiste irgendwo. Wo ist die Kiste? Rein da. Okay. Voll. Ah, der Shop ist echt Müll gewesen. Ich hab nicht... Ich hab vergessen, dass es die Gegner waren. Oh, ich hasse sie. Oh, Bücherei. Nein. Oh, schlecht. Oh. Oh, what the hell. Das ist das nächste Gapi-Item, oder? Das ist das nächste Gapi-Item, oder? Wir haben noch gar keins. Was? Wir haben noch gar kein Gapi-Item gehabt. War das nicht das erste, was du genommen hast, eins? Nein. Das war Tami. Das war Tami. Gapi ist die Kiste, die du hier tot siehst. Ja, ja, ja. So, das Gapi-Item in der Mitte macht, dass wir nur noch ein Herzen haben, aber neun Leben. Ach du Scheiße, das nehme ich auf gar keinen Fall. Links ist das unser Lieblings-Item, womit wir einfach random die Bomben trocken. Rechts ist ein Angel-Deal-Item. Da hat man so ein Ding, also das ist für dich eh Unsinn, so ein Ding um sich schweben und wenn man da durchschießt, dann splitten sich die Tränen auf. Ich glaube, das macht Sinn, dass ich das nehme. Es gab die Item nämlich auf gar keinen Fall. Ich tu mir nicht diese zwei Herzen Leben da. Bund, Alter, Bund! Du kannst die beiden rerollen, ne? Genau. Das ist so krass einfach. Bücherräume, die jetzt normal drei Bücher drin gehabt hätten, haben jetzt einfach drei normalen Items. Poison Tears. Das ist Fliegen, glaube ich, oder? Ist das Fliegen für mich? Dann nehmen wir das. Wie sieht die Ebene aus? Du kannst auch drauf die Karte drücken. Ach, die Ebene ist schon zu Ende. Das ist belastend. Das heißt, du kannst... Doch, wir haben eine Batterie da oben. Du könntest nochmal rerollen. Ne, kann ich nicht. Kann ich nicht zu dir backen oder so? Ne, warte, wenn du... Links ist Fliegen, hast du gesagt? Ich weiß es nicht genau. Aber Poison Tears nicht? Das könnte stark sein. Nimm doch erstmal Fliegen. Ich weiß nicht, ob das Fliegen ist. Ich glaube, das ist kein Fliegen. Aber ich weiß nicht, was es sonst sein soll. Ja. Ich nehme es einfach. Also ich kann... Denk dran. Ich kann immer noch... Damage Up and Range Up. Ja. Und Poison... Ah, Controllable Tiers hast du jetzt. Ach so. Ah, okay. Verstehe. Hier willst du noch die Poison Tiers nehmen? Ich glaube, bei mir ist es unnötig, oder? Warte. Äh, bei dir funktioniert das auch? Ja, aber wenn ich normale Viecher eigentlich so angreife, sind die eigentlich schon fast tot. Oh, das war tatsächlich kein Poison. Egal, tschüss. Wow. So lange her, das Spiel. Huch. Hab ich sie weg, aber... Egal. Einfach alle drei Items genommen. Oha, warte mal. Du kannst ja durchschießen. Oha, es ist weg. Oha. Ich hab mich noch stärker gemacht. Pass auf, pass auf, pass auf. Wie sind die denn? Die Poison Tiers ist ja natürlich krass gewesen. So, there's one hit. Ist das kein Schaden mehr? Oh geil. Äh, wir dropen jetzt manchmal Seelenherzen. Schon wieder! Du kannst es nicht re-rollen, ne? Ah, mein Gott. Kannst nicht nehmen. Ich würd's nicht nehmen. Ich bin sofort da mit denen. Und wenn du im Shop eine Batterie gehabt? Das müssen wir jetzt gucken. Doch, doch. Das müssen wir jetzt einfach gucken. Ich würd's ja, einerseits würd ich's halt gerne mitnehmen, aber ich kann, also die, ich werd das halt hier nicht mit einem Herzen überleben. Nee, ich auch nicht. Geil. Jaaaa! Hahaha, wie geil! Okay. Sooo. Protector. Nee, kein... Ja, jetzt hast du noch ne Fliege. Das ist dumm, dass du die Fliegen-Items mitgenommen hast. So, drei Fliegen-Items und man kann fliegen. Oh, wow. Really? Ich hab die jetzt eigentlich nur genommen wegen Begleitern und so. Ja. Guck mal jetzt. Das macht dein Trinket. Mach ich bei uns einfach auf... Ach, da unten ist der Gold rum. Achso. Ja. Junge, dieses Skelette mach ich so wahnsinnig. Boah, der Laser ist da echt gut für. Boah! 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 Was ist in der Mitte? Boah! Boah, ja! Wöhöööö! Ah! Was ist da los? Oh, was weiß. Was machen wir hier? Das ist eine Mühe Oh pass auf pass auf Oh mein Gott Ach die Scheiße das war auch richtig lost aber das hier zu zu sehen wie du da rum hörst war schon geil das wäre ja doof wenn wir in dieser ebene das brauchen würden ich glaube das ist die ebene wo wir das brauchen weiterzukommen herzen opfern nein und du nimmst es reroll also speed up ist oh damage up ey wie solltest du das ein eich kriegen jetzt ist nur ohne scheiß knapp so ach nee warte willst du damage up ich will leben plus 3 3,8 leben ja ok also ich fühl mich auch nicht so sicher tatsächlich das war nicht so schlau warum mein board will auch leben sein können das ist unser das ist noch mal hier ob man zusammenrein fährt hast du hier schon mal? ich muss mal gar die Katze reinlassen unsere Sätze sind komplett im Arsch wurden komplett zurückgesetzt gar nichts mehr ist alles weg wir sind tot wir sind tot Vielen Dank. Ah, das ist ein ekelhaftes Wetter, Alter. Hallo? So, weiter geht's. Genau, wir haben alles verloren. Hast du das schon mal gesehen? Biss. Hä? Als ob das alles so verlassen ist. Oh, zum Fliegen. Top das mal für mich. Warte. Oh, als ob. Ne, warte mal. Kannst du nicht droppen. Nicht? Doch. Oh. Witz. Wurde doch. Da muss ich das denn gedrückt halten, Alter. Warte, 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 warte. Pass das an, ich sehe schon so schon nichts. Äh. Äh. Soll dann wahrscheinlich einfach nur den Schienen folgen. Ja. Es gibt doch nur einen Weg. Das ist gerade so interessant, ohne Scheiß. Das ist das zweite Teil für mich, ne? Aber, dann habe ich ein Messer, richtig? Ja. Also, was wäre jetzt eigentlich, wenn ich das nehme? Ich liebe es lieber mal nicht. Ähm. Ja, du musst es nehmen, auf jeden Fall. Ich muss es nehmen? Du musst es nehmen. Ich will kein Messer. Ist kein Messer. Ich habe doch gesagt, das ist ein Schlüssel. Als ob du es jetzt direkt nimmst. Hä? Willst du dich verarschen? Was sagst du denn jetzt? Warte, zieh. Raus. Renn. Renn. What the fuck? Willst du mich verarschen? Ich weiß auch nicht. Alter, zieh es mich mit. Egal, gut so, dass du mich mitziehst. Du willst dich doch verarschen. Warum sagst du denn nichts? Ja, weil du es alle... Okay. Renn, renn, renn. Wohin? Wie siehst du? What the fuck? Du wusstest das. Konnte man das überhaupt bekämpfen? Äh, nein. Deshalb war auch der Weg. Also, das war total easy jetzt für dich mit Fliegen. Weil ich fliegen konnte. Aber ich habe halt... Ich habe halt... Das Ding ist, ich habe Holly geguckt, ja? Am ersten Tag. Diese 10 Stunden hatte ich ja sprach nicht gesagt, ne? Und ich dachte, der wird da nichts erreichen, in diesem 10 Stunden ran. Und plötzlich wurde dem das Spiegelding gespoilert, glaube ich. Und dann habe ich trotzdem ein Stück weiter geguckt, bis hierhin. Also, ich wusste, dass man davon wegrennen muss und so. Aber trotzdem krank. Geil. Oh, ein Trick ist verschlauert. Echt Leben, ne? Wiggle, wiggle, wiggle. Eigentlich... Ich finde es geil. Warte, was ist denn, wenn ich das mit dem Laser... Aber guck, da ist jetzt Messer und Dinge. Ja, ja. Eigentlich ist das geil, oder? Wenn du füllst... Kommen wir weiter. Ja, ich probiere mal an. Sonst können wir wieder tauschen. Okay, ja. Ich werde ihn überleben, ne? Ja, bleib unten davon. Ich renne ins Feuer. Und du ziehst mich jetzt wieder mit. What the f... Tada, hab ich ja noch nicht gewalt. Das ist ein Falsch, Alter. War auch ein Spiele mal noch im Leben, oder was? Ja. Ich glaube, diese Scheiß... ...Explosiven... Wow, Alter. Fuck, Alter. Ich bin schon wieder. Nee, das ist einfach nur dein Lack. Nur, du hast drei Lack und ich hab gar nichts. Egal. Ah, machst du in die Mitte. Immerhin. Was? Auf, mit dem Bomben. Der ist eine Bombe, die geteilt hat. Was? Was hat mir denn so viel Schaden gemacht? Das Vieh, was mit dir gekuschelt hat. Da bist du wieder. Aber was ist denn Müll-Eitem? Mann, kann ich nicht mal Leben bekommen? Äh, nimm du das? Ja, wow, da ist Leben. Ja, lass mich das bitte nehmen. Da nimm's. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir hier weiterkommen. Ist da wenigstens ein Close-Up? Alter, warte, 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 warte. Haben wir irgendwo Leben noch? Nee. Nimm's. Ja, wir müssen hier rechts opfern. Nein. Ja, doch. Warum? Weil wir sonst nicht weiterkommen. Na klar. Da. Wir haben jetzt alles für die letzte Ebene, Alter. Ich ein halbes, du ein halbes. Okay. Er nimmt ein ganzes. Oh, Mann, ey. Das ist auch noch diese Kack-Ebene, die richtig schwer ist. Aber du hast doch gesagt, du magst sie voll. Ja, vom Aussehen her. Immer noch. Die unknown. Jetzt ist mir nicht mal wie viel. Was war's? Ja, wir kriegen ja ruhen. Vielleicht kriegen wir's gut. Ist dein Auge geschlug? Ich hab so Angst gerade. Wow. Wow. Was? Gegner Toilette runterspülen und zu Kackung. Was ist das hier mit, Favill? Nimm du das hier. Das ist besser als dein scheiß Ding. Oh, Reroads. Ja, kann ich auch nicht. Setz mal dein Space Item gleich im nächsten Raum ein. Wenn der Gegner sind. Ich hab einfach sofort gefordert. Ja, das ist okay. Ich hab keinen Bock jetzt für den Schlüssel, irgendwie was zu riskieren. Oh, nice. Alter. Was, 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 was? Oh, die schießen, Laser. Pass auf, pass auf, pass auf. So, noch die Mitte rauf. Die dreht sich weiter. So. Wohin geh ich hier eigentlich? Warum geh ich weiter, wenn ich sage, wo geh ich hier? Oh, geil. Aber du schießt keine Fliegen, ne? Dann haben sie es auch, äh, schlechter gemacht. Nimm du mal das hier und setz es ein. Übrigens, deine Fliegen sind größer geworden durch das Item eben, ne? Äh, die sind auch riesig jetzt. Deshalb wollte ich, dass du das nimmst, weil du eher die Viecher spawnst als ich. Pass auf. Unser Freund. Der, der Verfolgungsleser. Lol, das war echt knapp, hätte ich wieder gelegt, wäre es vorbei gewesen. Mit den Teasen? Du machst, du löst. Warte, warte, warte. Warte, links. Haha. Dafür ist es ganz gut. Geil. Oh. Weil das ich leben wollte. Wieder oben. Würfelraum. Oder, ja, wir machen mal hier. Oh, geil. Gut, dass wir so stark sind. Also, das wollte ich gerade sagen. Also, wenn wir nicht so stark wären, wäre das alles ein bisschen anders. So wenig Leben wir haben, wir haben ja. Ja, das ist halt der Nachteil. Das hatten wir gestern halt viel, aber wir konnten uns halt dagegen nicht verteidigen. Scheiße. Machen wir das Volk. Hier re-rollen oder im anderen Raum. Hinten, lasst du dann... Vielleicht ist das ja Leben. Genau, vielleicht ist das ja Leben. Okay, du respawnst. Wenn du stirbst. Dein Spinner rettet uns. Ich hab halt keine Ahnung, wie viel Leben ich hab. Ne, ich glaub... Ja. Sprengen, Alter? Schlaf, auf jeden Fall genug Bomben los. Ich geh jetzt unten links nochmal in den Raum. Lass uns alle hier sprengen. Wenn du das denn? Ja. Warte, warte, warte. Achso, ja, oder so. Bumbo. Ja, wir brauchen eh kein Geld mehr. Mach doch nochmal, der droppt Herzen, ne? Ne, der droppt generell Items, wenn er Münzen bekommt. Pass auf. Geh einfach durch. Juni, ich bin so risky! Aha! Puls! Das macht die Podest-Items neu. Na, wir haben eh keins mehr. Podest-Item? Shop. Waren wir im Shop? Äh, ne. Ah, doch, 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 da war Creed. Oh mein Gott, du wirst nicht auf den Schalter, auf den Schalter, auf den Schalter, auf den Schalter links. Gehe ich halt einfach drauf. Oh mein Gott! Ich war völlig verwirrt. Kann ich hier ausmachen? Kann ich hier ausmachen? Wenn ich den Ball überhaupt so steil legen? Achso, kann ich auch einfach... Ah, ne, stimmt. Ich weiß es nicht. Will ich gleich. Was ist das denn? Warum kriegen wir denn nur Trinkets? Können wir wenigstens gute Trinkets haben. Oh, ja. Oh Gott, das kann ich sprengen. Oder willst du daran spielen? Der Notfall-Knopf. Wir können, wir können beide sprengen, ne? Ja. Mach mal. Ja, jetzt nimmt unser Freund das Zeug und shoppt uns vielleicht das? Trinkets. Was ist das hier? Vielleicht wegen Chaos. Feels Lucky. Ach genau, wenn wir jetzt das Base-Alts mal einsetzen, droppen wir das. Haaaah. Für dich finde ich gut. Okay, man kann die Feuer nicht ausmachen. Für dich, dann könnte man dein Re-rollen. Ne, komm. Was nimm ich denn davon mit? Was hast du? Die Schlange. Ich kenne halt die ganzen Neuen nicht. Ich nehme den Notfall-Button mit. Wieder Neugierf. Ach so, scheiße. Ohne zu wissen, wie viel Leben wir haben. Rein da. Was war das letztens? Das haben wir doch schon mal gehabt. Da habe ich gesagt, das ist irgendwas. Also es war ja diese Gleiter, oder? Nee. Es sieht aus wie so ein Pikachu, was sie zusammenrollen. Okay, Alter. Warte, ich guck nach. Sind die neuen Items schon auf? Das ist kein neues Item. Ah. Ja, gut. Ha. Abi. Klicken. Links. Real Platinum. Gut. Ich kriegst du mir eigentlich so viele Links hier. Was soll das? Wie man Minecraft seit 2011 spielt. TikTok. Ach so. Hey, wann hast du mir das geschickt? Ja. Wie ist Platinum gut. Als Lesezeichen machen, Alter. Ach man, Alter. Äh. Rot. Seit wann ist das drin? Im normalen Eisheck? Äh. Nein. 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 Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ja. Auch nicht. Äh. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Denn hier hier nicht. Da ist keins. Hier auch nicht. Hier. Das gibt's nicht. Das muss sein. Ich nehm's jetzt einfach. Warte. Stopp. Können wir nicht nur rote Items filtern? Hier auch nicht zusammen. aliere... Ich bin schon bei der Hälfte. Heute. ... Ich bin gleich soweit Da ist es Come beyond concept, feed them hate After taking enough damage You will gain a permanent demon Family Possible family include Darkbomb Demon Baby, ja Begleiter Wow Soll ich den nehmen? Wir können das rerollen mit dem Würfelraum Ja mach Boah, ich hab halt keine Ahnung Wie viel Herzen ich hab ne Aber wir haben sogar noch einen Raum da Also theoretisch könnten wir den Raum machen Rerollen Oder erstmal rerollen, gucken was es ist Den Raum machen und dann könnts noch mal rerollen Dann würd ich schon mal den Raum machen Wir machen direkt den Raum Weg sparen, Alter Leben Boah Scheiß jetzt an... ne erst geht Dann... Geheimraum Gott sei Dank Ah da unten Gott sei Dank Da sind wir jetzt schlau Da können wir nicht hin Wenn hier oben nicht ist, hab ich keinen Bock zu suchen Hä? Ach das sind deine Freunde jetzt? Alle fliegen sind seine Freunde wegen dem Wegen der Transformation Du schießt keiner mehr Das ist ja gruselig Oh noch eins zum rerollen Alter das ist gruselig Ich kann... ich... das ist total weird Kipp den Scheiß nur drauf Das eine ist Gulp, oder? Warte Was? Warte... ja warte wir gehen da nochmal zurück hin Beruhig dich Bin verwirrt diese Fliegen Könnt ihr abhauen Was ist das denn? Holy Shit Nimm Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Scheiße dabei Vielleicht kommt jetzt das Kacki-Häulchen mit geilere Sachen raus Butter, can't hold it Das ist etwas so wie... Ich glaube in der Mitte das Nee doch nicht Ja Boah ich will keinen nehmen Wow Ach ja wie Butter dabei Hilft Lack bei Pillen? Ich... Muss drei Lack sein Kann sein Wow Warte 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 Was warte Cool warte 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 Was hast du gemacht? Ey ich wollte meinen Trinkets ablegen Meine... meine Pille da Die Pille da Die Pille nehmen kannst Achso Nimm sie Ach da Habe ich sie so weit weg gehoben Ok Trinket Und da sein Woh Ich fand das gut Das ist ganz cool Ja ok alter Da waren wir schon drin? Nee Hm Ja aber wie gesagt Double Deal Jetzt Probable Ist jetzt drin Oh wir können schon wieder das Leben nicht sehen Das ist so ätzend Ich weiß immer noch nicht wieviel Leben ich habe Ok Ich hab jetzt nicht soviel angestellt zum Glück Ach du scheiß warte Boah Boah ich hab hab ich mich erschrocken Nicht auf die Teleportation da kommen ne Hoch Das ist schlecht Warte 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 Ihr BAM-Freund Ich hab soviel Herzen Ok Boah was Boah was Kannst du mal deinen BAM-Freund hier holen Guck mal ey Wo komm ich raus dauernd Hol's dir Schwindel Semplten ja nur Trinklitz aus Ich weiss nicht Jetzt are noch doch leben und so Was O ah was ist das denn ich kein Festgehalten Diese absicht da eine Chance Mein Kirit fühlt sich so langsam an irgendwie Das andere hat das auch runter gemacht Was? Kannst eine nehmen, macht die Stärke von einem Raum. So muss das. Du hast einen fetten Haufen eben bekommen. Mach mal beide auf. Ohne die Kackhauken kaputt zu machen. Hätte ich jetzt weniger Leben gehabt, dazu hätte ich dich angeschrien. Ja, das war ja schon ganz genau, ne? 20, 20 Eier! Was, 20, 20? Das hier, Doppelschüsse. Ja gut, dass wir grad die Zähnermünze fressen haben lassen. Raussprengen? Ja komm. Nimm du das Geld, sonst ist mein Typ zu nah dran. Lass dir das mal zu dir? Ja. Genau. Was? Hä? Was ist das denn jetzt? Was hast du getan? Und warum nimmst du das Geld nicht auf? Ich war... Kann ich keine Bomben mehr setzen? Oh. Du hast Raketenbomben. Oh Mann. Sag das doch! Ja, ich wollte die Bombe legen und nach links gehen. Fuck das, Mann. Ich hab mein Seenherzen weggeschmissen, Mann. Ja! Das ist jetzt richtig krass. Du hast aber Schaden verloren. Ui. Was, echt? Ja. Von 10 auf 7. Die haben das schlechter gemacht, oder was? Wichser. Ja gut, aber wenn beide treffen, hast du trotzdem mehr Schaden, ne? Was hab ich hier alles ein Herzschaden? Die Gabel... Ja, muss. Ja, kann sein. Die Gabel, wenn du damit Gegner tötest, dann kriegst du manchmal Leben generiert. Also lebensdrück. Ich würde die in deinem Schein mitnehmen. Hab ich schon. Okay. Okay. Goldraum, ne? Ach, jubel. Vielleicht kommt die Mutter wieder. Aber die Bibel... Nein! Oh, die Säule in der Mitte hat mich gerade voll... voll gefickt, ey. Auf. Was ist das hier oben? Warte, warte. Ich hole die Schüsse. Warte, mach das. Ich mach da eigentlich die Karte oben. Ich mach das hier oben. Da mit... Okay. Ja. Schabtelportat... Toreportatil. Haben wir... Was ist das? Oh. Die gehen nicht... Ach, ich bin drauf. Alter. Da kriegen wir jetzt so ein bisschen Loot immer mal wieder, also so Loot-Säcke kriegen wir dann immer gedroppt, aber ich weiß nicht ob das auf die Ebene wo wir jetzt den Sinn macht noch immer wieder gedroppt, also wobei können da Herzen drin sein, ich weiß es nicht. Ja doch, klar, in dem Säcke hast du das selber gesagt, ja, das ist Unbesiegbarkeit, ja, für 30 Sekunden kann ich damit, bin ich unbesiegbar, was macht Hermit, Shopkarte, ja, kann ich so Mutter, was, nix zum schlucken, oh, kann ich das haben, da kann ich mir den Wurm wiederholen, äh, die, oha, Tüsch, 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 Junge, das waren ja nur gute Pillen, Lack ist glaube ich äh, wir kühlen doch ganz geil, äh, gucken ob der Geheimraum hier vielleicht, das war doch der Geheimraum, oder nicht? Das war der Supergeheimraum, achso, Loll, ah, Geld, nimmst die, ne, nicht, nicht du, nicht du nehmen, Paddy, äh, wie du es gesagt nimmst die, na guck mal, Warte, 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 oh, man, ey, was eine Scheiße, äh, immerhin wisst ihr jetzt, was das ist, nimmst die wieder mit, hab ich noch, ja, kannst gleich noch, wenn viele Gegner bei der Mutter spawnen sollten, dein Space-Atom benutzen. Easewog. Och, das schießt ja an Ease. Ja. Egal, scheinbar nicht funktioniert. So. Meine Damen und Herren, nimm du dir mal das linke, weil ich hab schon manchmal ein Schild. Was? Das nehm ich, wegen Luck-Up. Da schieße ich jetzt manchmal genau diese fetten Tränen. Sollen wir hier kurz reingucken? Ja, klar. Da ist ein Gegner, was auch unsichtbar geht. Ich wurde auch getroffen. So, ich, nur du uns getroffen. Okay. Ich wurde auch getroffen, bitte. Keine Sorgen. War nicht so peinlich für dich. Du warst auch gar nicht getroffen. Oh, so ein Müll-Item. Noch eine Fliege? Ich würde das nehmen an deiner Stelle. Je mehr Gegner du tötest, desto mehr... Doch, das macht in deiner Situation Sinn. Ich kann nicht re-rollen. Fuck, Catcher. Hä, was hab ich denn jetzt da liegen lassen? Hä? Ja, dein altes Item. Welches Item? Was? Ach, das ist ein Space-Item? Hä, was mach ich jetzt damit? Für jeden Gegner, den du tötest, füllst du das Glas mit Fliegen und dann kannst du die immer mit Space, also die füllen sich, glaub ich, bis 20 auf, kannst du die freilassen und dann kämpfen die für dich. Und dadurch, dass du stark gefliegen hast, macht das Sinn. Ja, okay. Die anderen Sachen... Wo ist eigentlich meine... Ah, das. Hab ich Angst gefühlt. Und jetzt stellst du dich... Genau, und remst das Messer hier. Achso, das... Ah, dafür... Man kriegt das Messer da durch und das Messer muss man da reinschießen. Ja, und jetzt können wir auch in die nächste Ebene. Aber ich glaube, vorher... ...kommt noch das Herz. Und das ist das Letzte, was ich noch weiß. Ach, scheiße. Ich wollte mich hinter deinem Hauch hin verstecken, Alter. Dunkel. Ja. Oh. Kam aus dem Devil-Raum raus. In den Schlund. Wenn du jetzt da reingegangen wärst, wärst du in den Devil-Dee reingekommen. Was? Wie? Da war so ein Devil-Dee-Ding. Ernsthaft? Ja, da sind wir rausgekommen. Achso. Rottenheart freigeschaltet. Bitte sag, dass es heller wird. Oh, danke. So ein Dreck-Gegebenen. Bitte? Warte kurz. Wir sind in der verwesenden Mutter. Und wie es hier weitergeht, erfahrt ihr in Part 2. No, Patty. Echt? Katze? Geil. Kann ich ja pinkeln. Ja! Was? Da kann ich ja pinkeln gehen. Nee. Wie gesagt, wir sind glaube ich in der verwesenden Mutter. Wir haben die Mutter getötet. Jetzt sind wir in der verwesenden. Ich habe die Dinger gar nicht gemerkt am Anfang. Das war's? Hä? Das muss sein. Oh, das ist ein Tier. Oh, das ist ein Tier, die sind hier jetzt. Aua! Was ist denn das? Ich war in Aschen. Kommt ja alles verloren. Achso! Oh Mann, das ist so eine Scheiße. Ich denke halt, die greifen mich an. Ja, die mit Herzen. Oh nein, du hast meine... Ah! Madis. Überall Madis. So widerlich. Hä? Regulation? Oha, 20 Fliegen. Warte mal. Du hast mein Dingens. Warte, warte, warte. Tütsch. Tütsch. Blank rune. Ticksam. Was denn? Ich wollte das Herz. Oh, da habe ich gar nicht... Ich habe mich darauf geachtet, dass dein Herz liegt. Nimm mal die Karte da. Das ist meine Unbesiegbarkeits-Rune, du Arschloch. Ich wusste es einfach. Du kannst das Blank rune, glaube ich, auch einsetzen. Ja, aber gleich in dem Gehtner Raum, oder? Nachher ist es ein guter Effekt. Nein. Setzt an. Noch mehr Fliegen und Spinnen. LOL. Junge, geil. Ich sage ja. Und wenn die Gegner töten, kriege ich einfach neue Fliegen dazu da oben. Echt? Ja. Ich bin so der Fliegen, Mann. Oste, die Karte lohnt sich nicht. Es kann keine gute Karte, Alter. Keine Karte. Haben wir schon eine Spritze? Warte, nicht nehmen? Nein, ich habe keine. Noch keiner hat eine Spritze, oder? Nö. Gegner berühren und die werden zu Kacken. Oh, nee. Nee, die werden zum gewissen... Oh! Oh nein, ich bin das Hau. Weiß ich nicht. Reroll? Also wenn du Gegner touchst, dann vergiftest du die. Nee, das ist Schwachsinn. Nicht? Nee, das ist... Aber ich glaube, eine gewisse Chance besteht, dass du die Herzen... Also, beziehungsweise wenn du die tötest und die durch das Gift sterben, dass die dann Leben stoppen. Ja, das hast du, glaube ich, auch mal erwähnt, aber das ist doch... Die Chance ist so gering. Ja, eben. Äh... Wie haben wir diese Bude? Nödig. Ich habe jetzt bei dir. Das ist echt scheiße, wenn... Ich sehe hier... Wo müssen wir hin? Lass uns rechts hochgehen. Ich... Also doch, kann ich. Reroll, sagst du? Ja, ja. Ich hoffe, dass kein Fiegel alle... Du kannst doch nehmen, ich nehme es nicht. Wow. Willst du es nehmen? Was ist das? Deine... Stats werden komplett durchgemischt. So, dass es alles ausgeglichen ist, glaube ich. Nein. Nein. Aber du kriegst auch Leben halt dazu, ne? Aber ich verliere vielleicht elf Schaden? Ja. Das ist ein... Obwohl, Leben. Also... Also meine Theorie ist, dadurch, dass du halt nur drei Herzen hast, aber elf Schaden... Mischst du das halt so zusammen... Ist mein Schaden ungefähr bei sieben wahrscheinlich... Ich kann es ja nicht sagen. Also ich hoffe, dass das so funktioniert. Krass. Ich habe... Ich habe nur... Eigentlich nur Plus gemacht. Ne, mein Shot Speed ist... Oh, scheiße. Obwohl, ne. Ne, meine Range ist es runtergegangen. Kacke. Kacke. Das ist echt schlecht. Krank. Du hast sogar mehr Damage bekommen. Das war ein... Ja, aber ein Drittel, wenn man das... Die sind halt verschwunden. Äh, meiner... Meiner Dings. Junge, diese Fliegen sind so awesome. Ich muss aber sagen... Also okay, wir haben jetzt... Warte, sag. Nimm dir das Geld. Äh, Leben. Lecker. Leber. Zwei sogar. Ja. Du hast Leber gefressen. So awesome. Oh, ne. Das ist so egal. Ich bin so gut. Und ich bin gar nicht nur so scheiße. Wo ist Bumbo eigentlich? Ach, wie langsam der ist. Der Korb. Der Korb. Der Korb. Oh, 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 oh. Okay. Machst du das? Oh, oh. Oh, ich bin so schlecht. Oh, ich nehme es wieder weg. Junge, die sind fliegen. Awesome. Das ist wieder zehn Stück, ne? Das noch eine Male. Ich sehe halt den Weg nicht. So cool. Hey, selbst wenn du Viecher killst, wir lädst das auf. Ey. Oh, doch. Geil. Small Rock? Geld, nee, nee. Geld aus Stein. Nötig. Die könnten den Bumbo aber eigentlich so mitfüllen. Und wir könnten. Das heißt. Los fliegen. Das nimmst du. Das nimmst du. Das nimm ich. Oh, das? Warte, Carla. Nein. Okay, das ist ja nicht so schlimm. Ja. Okay, warte mal. Wir haben 16 Bomben. Ich glaube nicht, dass wir... Ich sehe hier drin nichts. Hä? Waren hier Steine überall? Hier waren gar keine. Irgendwo ein Raum mit Steinen. Der große Raum hier links. Ich glaube, hier gibt es einfach keine Steine. Gehen wir nach links. Ich glaube, unten ist es groß. Ja. Ah, okay. Ich glaube, Steine. Och, Gott sei Dank. Das war easy, ne? Äh, pass auf. Bombo. Oh, ich glaube, früher hat jeder Stein mindestens eine Münze gegeben. Ich weiß auch, dass es wahrscheinlich 33% sowieso aussieht. Was? Hast du gerade eine Bombe belegt? Raketen, Raketen. Sag doch was. Wo musst du mich denn immer da mit reinziehen? Da. Da. Ohne Scheiße mit diesen Bomben, ey. Ich wollte doch nur cool sein und Zeit sparen und dir da eine Bombe hinlegen. Richtig, war aber cool. Ey, immerhin. Irgendwo meine Fliegen sind so awesome. Ganz viele kleine Batterien hier. Aber ich. Geh, geh durch. Ich hasse diesen Raum. Ach komm, nutze ich nicht. Was macht der Emergency-Knopf, Wanderer? Ich weiß es nicht. Das ist ein neues Item, was ich nicht kenne. Deshalb dachte ich mir, für den Fall, dass ich kurz vorm Sterben bin, macht der vielleicht irgendwas cooles. Oh, Bombo. Können dir, und jetzt. Können dir, Bombo. Ich mache kein Geld. Doch! Oh. Warte, warte, warte. Was ist das denn? Wo ist er hin? Was? Muss das so? Muss das so? Ich glaube, es muss so. Was? Was? Okay. What the fuck? Was ist das? Was ist das? War das Hoden? Hä? Was war das denn für ein geiler Boss? What the fuck? Nicht nur. Gegner zu Gold verwandeln. Zu Goldstaturen. Und wenn die dann tötet, dropen die Münzen. Brauchen wir nicht, oder? Oder? Die Münzen wäre ja Quatsch. Die Map? Ja. Och. Nein. Einmal aufnehmen, gibt fünf Bomben. Raus. Äh. Haben wir eine große Batterie? Nee, ne? Ne kleine. Ich komme schon. Ne kleine. Zwei kleine. Oh, dein weißes Herz. Oh. War das hier in der Ebene? Oh. Ja, muss. Goldtraum eigentlich, oder? Also die Batterien aufsammeln, gucken, was passiert. Ach, du musst die Batterieter. Oh, zwei Aufladungen. Ja, sag ich doch. Zwei Batterien. Hier oben sind auch noch Kisten drin. Haben wir Herzen? Nee. Ey. Ich würde zu gerne aufmachen. Ich würde zu gerne aufmachen. Oder krasser Items sein, oder? Ah, links unten. Links unten. Ich weiß nicht. Geheimen Raum. War das nicht beim Typen hier? Nee, dann wird das Symbol. Doch, doch, war hier. Eil. Aber wir haben ja gar kein Degens Raum. Beccano. Das ist Beccano. Was macht das? Ja, fliegen. Fliegen und spinnt. Naja. Kannst du die Karte mitnehmen. Äh, warte mal, warte mal. Stop, wo ist das? Hör mit. Ja, die kannst du jetzt sofort einsetzen. Nein! Hä? Achso, ah, okay. Wenn ich beide Kisten aufgemacht habe, setzt du die ein, ja? Ja, ja, ja. Hätty? Okay. Ich dachte schon, was macht der Junge jetzt? Da war ein Kompass, Trinket. Aber, Junge, ich fand den Boss gerade richtig cool. Was ist das, hab ich ein bisschen geflasht. Vor allem, du so, muss das so? Und ich so, nein, nein, nein! Oh, ein Charge. Oh. Oh, nee, nee, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ja, okay. Ich denke da raus, dass er sich bewegen sehen. Hier werden ganz viele Bomben für Münzen drin, aber. Das sind 30 Schlüssel. Ja. Wir hatten, äh, eine Rune bekommen. Nee, eine Pille. Irgendwas hatten wir bekommen, dass das verdoppelt wird, was wir haben. Achso. Was hatte, ich hatte eben irgendwas im Kopf. Achso. Weil hier die Batterie drin ist. Oh, es geht, es geht, es geht. Nimm du, nimm du meinen Würfel. Jetzt gehen wir raus. Du nimmst die Batterie auf. Jetzt gehen wir wieder rein. Ich nimm dein Item. Nein, stopp, 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 stopp. Du nimmst das Boom-Item. Nee, warte mal. So, du nimmst dein Item. Nimm du dein Item. Ich nimm das hier. Sonst hätten wir nicht wieder tauschen können. Achso, ja, ja, ja. Oh, Nadelschüsse. Ich hab Luck, ne? Du hast Minus-Lack. Ja, du hast Luck. Geil. Und Feuer? Ja, ich hab manchmal Feuerschüsse. Geil. Oh, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Oh, die letzte Ebene. Wir brauchen unbedingt Leben. Nee, weil die Augen im Hintergrund sind immer da. Das träum ich manchmal. Nö, ich auch. Okay. Hier gibt's kein Devil-Di mehr. Wir haben die Karte. Ich denke mal nicht, dass er unten ist, aber wir gehen mal Zombies durch. Herzen. Stirb! Die gehen von alleine kaputt oder nicht? Ich hab's noch nicht verstanden. Die Spinnen sind so eke. Junge, diese Fliegen sind so gut. Ja, Junge, ich muss gar nichts mehr machen. Blank Shun. Nice. Gerade aufgedeckt. Oh, nee, Fluch entfernen, ne? Oder? Ja, 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 ja. Stimmt. Wollen sie ihn jetzt bekommen. So. Item. Weg, weg. Weg, weg, weg. Oh mein Gott, war das knapp. So, ich nimm das, oder? Ja, ja, ja. Das ist gut. Ja, das ist so weit. Brauchen wir nicht mehr. Also, wenn das die letzte Ebene ist, ne? Oh, gut. Nimm's. Zwei Batterien ist natürlich geil. Danke. Danke. Oh, nee. Ach du Scheiße. Ist das kaputt? Mein Feuer macht sich kaputt? Nee. Meine Nadelschüsse. Glaube ich. Ganz viele rote Herzen. Was kriegen wir so viele rote Herzen hier? Wir sind... Nee, das ist doch gut. Ist doch gut. Aber, ja, ja. Aber wir sind doch im Ding. Was ist das für ein Ding? Wir sind doch im Hard. Ach du Scheiße. Hard Mode. Und jetzt sind sie mir. Zwei davon. Die anderen sind explodiert. Immer. Kannst du vielleicht, äh... Du bist der, der fliegen kann. Und ich muss jetzt nicht durchgehen. Ja, ich chill doch. Ich wollte doch gerade da runterlaufen. Ja, aber ich kann ja in der Zeit nicht chillen. Du hättest einfach nur ausweilen. Ja, ich wollte nicht rumpfen. Das ist so ne Belastung. Einfach nur... Guck mal, dann geh einfach zurück. Dann holt sie deine Herzen wieder. Dann kannst du auch nicht rumweilen, warum wir so viele, äh, so rote Herzen bekommen. Das ist wubub. Oh, ich glaube wegen dem Item habe ich... Äh, die ganzen... Haben wir die Batterien gejobbt. Ach, die werden die Herzen... Nee. Die pulsieren halt. Die machen wubwub. Dö, dö, dö. Wubwub. So, hier oben noch. Bombe. Schwange Batterien, Alter. Ah, ja. Ich hab so viel Aufladung, aber nix zum Dingsen. So. Ich denke mal... Vielleicht können wir das Item beim Boss einfach jetzt an Rerollen. Moment mal, dass ist Isaac, ne? Ich weiß nicht, wer der Boss ist. Hast du mich gerade gespoilert? Nein, hab ich nicht. Ich dachte, kommt jetzt Isaac oder nicht? Warum sollte Isaac kommen? Nee, ist das nicht sonst noch immer Isaac jetzt? Wir sind doch jetzt in der... Special Ebene. Ach so, das ist dann gar... Das ist dann gar nicht mehr der Weg? Nein, wir sind komplett anderweg gegangen. Das heißt, wir sehen jetzt die neuen Boss? Müsste. Geil. Und du kannst erst noch deine... Äh, Blune da, oder? Stimmt. Wo ich dran denke, eins zu setzen. Und rein da, ja? Äh. Äh. Kannst du die Räume noch machen? Komm, komm, komm wir wohl nicht weiter, du. Nein. Wasser. What the fuck? Pass auf, pass auf, pass auf. Ich weiß nicht, was ich mache. Ah! Ich habe Angst. Ich stelle mich einfach in die rein. Ich hätte gar keine Lebensanzeige. Wäre so cool, wenn wir beide den Effekt hätten, ne? Ich habe eine Phase getötet von ihr. Du hast wieder da, oder? Ich bin doch da. Ja, wegen der Phase. Nein, wegen dem Eternal Life. Oh. Aua. Du schaffst was. Oh mein Gott. Nein. Nein. Ein Leben. Ich sehe mich nicht. Oh, ich habe... Nein. 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 Man hat ja nicht mal eine Lebensanzeige bei dem Boss. Du weißt gar nichts. Oh nein. Was? Wir sind so geil weit gekommen. Und das nur in einer Stunde 15. Oha. Junge. Och nie. Oh nein. Warte mal. Mich verwirrt ja, dass hier zwei Neuenten sind übrigens. Oh, da kommt schon danach noch mehr. Ja, was ist das denn für ein Boss? Wir waren so gut. Wir waren richtig gut. Mann, ich wurde da die ganze Zeit getroffen, weil ich nicht mehr von diesen scheiß Schüssen ausweichen konnte. Das war einfach zu viel für mich. Das hat auch nicht mal Level Up geholfen. So eine Scheiße. Doch. Wir sind so weit gekommen mit Level Up. Das stimmt, Alter. Ja, das... Man braucht halt unglaublich viel Leben, ne? Oder halt... Wir haben halt kein einziges Schutzschild gehabt, was uns schützt, ne? Also keine Fliegen, die uns schützen. Kein Cube of Meat oder so. Wir wurden halt einfach von jedem Ding getroffen. Krank, krank. Krank, krank. Aber... Ich hab nicht zu viel versprochen. Heute war's lit. Gell? Ja. Bis in zwei Tagen zum nächsten Koop-Part, Leute. Tschüss. Psst. Aber...